Ich geb's auf. Ich geb's auf. Ah, shit. Oh, Mann, ey. Ein Clip wird, ist schön. Ich möchte nur festhalten, ich hab einen dummen Tod noch, äh, gut. Mhm. Ja. Das ist die Stelle, wo ich grad runtergesprungen bin. Wait, ich bin gestorben. Mhm. Ja. Oh, satt. Oh, satt. Entschuldigung. Ich hab vorher nicht gesehen, wo du runtergefallen bist. Also, bitte. Bei mir sah's aber auch recht interessant aus, weil das war so ein, ähm, so. Stand hier so. Ah, ich glaub, ich, wo, tot. Was? Also, er stand bei mir und ist dann plötzlich runter. Mhm. Ach, ja. Ja, dann, äh. Ja, dann. Nummer drei. Gehen wir mal unten rum. Ja, wir brauchen ja nicht mehr oben rum, ne. Ja. Ja. War da oben nicht noch ein Einzelschädel? Ah, da ist der Einzelschädel. Ja. Ugh! 常. Stefan. Oh! Ugh! Woah, ja. Hm, ja. Oh. Oh! Das Crowe Tier Fleet. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich habe gerade meinen 100. Kill gemacht. Ich habe gerade irgendeine Errungenschaft mit 100 bekommen. Das kann sein. Ich gehe diesmal nicht links oder rechts rum, sondern links. Ja, vielleicht willst du ja nochmal geradeaus gehen. Nö, da bin ich noch nie lang gegangen. Ich gehe mal hier rum. So, äh... Äh, okay. Die drei. Ihr habt sie angedockt. Ja, toll. Schon wieder Strahloch. Ja, ich gehe jetzt. Mag jemand da hinten rumringen? Oh, Mensch. Oh, da liegt was blau. Ah, Lumenkristalle. Oder was auch mal für Kristalle. Ja, war einer. Ah, nein. Ich habe... Meine Errungenschaft waren 100 besondere Gegner zu viel. Na, na dann. Oh, hier ist eine klünürte Truhe. Ja, ich weiß mal rum. Alles klar. Ich höre noch Geräusche. Ja, ich auch. Mhm. Ah, da hinten auf der Brücke geht, was groß ist. Ich mache mal einen Schritt nach rechts. Oder zwei. Um die großen vielleicht so mal so ein bisschen... Achtung, hier rechts sind auch ganz viele Möglichkeiten zum Sterben. Hier rechts sind auch ganz viele Möglichkeiten zum Sterben. Ja. 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 Ich Oh Oh Hier oben gibt es noch mal was Ilanes ich mag das wissens mehr eigenschaften unbedingt jetzt noch mal hier den rechten heimgang ich glaube da gibt es ein level ab ja guck doch mal nach ich bin gerade noch mit eigenschaften ja ich muss gleich auch erst meinen eigenschaften kann leider nicht aber ich können dir ja der level ab mehr aber ich gerettet art habe ich schon gemerkt ihr braucht viele bände des bistens brauchen wir sehr sehr viele 21 der ring hat aufgehört der ring hat aufgehört zu wirken muss ich wohl erst gleich wieder töten entschuldigung sag einfach achtung genug vorbeiläufst dann weiß ich vielleicht bescheid ich hatte die extra an der ecke abgepasst da kommt noch ein spawner und hier ist ein checkpoint und so max levy ist 1000 denn es ist Naja, da muss man hart grinden, du. Ja. Sehr hart. Okay. Rein zum... raus. Ich bin jetzt erst bei 45. Ja, 45 ist tatsächlich das Level. Ich habe kurz überlegt. Ich habe länger überlegt. Was sind da Kisten? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sie macht das. Ah. Ich glaube, hier müssen dann die Stäbe rein. Kann das sein? In die Kisten? Nein. Ja. In die... In die... In die... In die... In die Bumsies. Ja, das geht gut. Das heißt, uns fehlt einer noch. Probieren wir es nochmal aus. Ja, sieht so aus. Hab keinen mehr. Sie sind plötzlich verschwunden. Aber wir können uns schon mal den Dude holen, der da schon so drin ist. Ist okay. Ein Stab. Gewand der Akari plus 6. Bein Linge der Akari. Ja, fehlt nur noch das dritte. Das heißt, wir müssen nochmal durch. Ja. Ja. Ja, dann rennen wir zurück, oder? Wir können auch porten. Um wesentlich weniger Gewichte. Alles klar. Ich hab, wir können auch porten. Sollen wir eben fix rausporten? Ja, wer gescheitert hat. Den ganzen Weg geht's wieder zurück. Und hallo, Nabi. Das Game ist drauf ausgelegt, dass der Kampagne viel zu grinden. Weil die ich noch nicht gesagt hab. Ja, glaub ich gern. Aber wir wollen jetzt erstmal die Kampagne spielen. Weil wir es nicht durchgespielt haben. Mhm. Ja, dann können wir jetzt da runter zum Wupp und dann in das andere Gewöbe. Mhm. Runter zum Wupp und dann in das andere Gewöbe. Ja. Dann machen wir das so. Wieso sind bei Mr. Black mehr Leute zuschauen als bei dir satt? Ich weiß es nicht. Und wieso hat der ja Multi noch nicht ausgelöst? Mhm. Also unter Ausrufezeichen Multi seht ihr dann auch satt? Einen der anderen Mitspieler? Ich meine, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich... ...die Webcam anmache, äh, anhab, da will ich keiner zugucken. Wahrscheinlich liegt es genau da dann. Und jetzt sind wir euch bei drei. Aber ich hab die Webcam auch an. Also kann es daran nicht liegen. Ja. Ja, vielleicht gerade deswegen. Ich hab beides zu sein. Ja. Frag mich nicht, was Twitch da macht. Ich hab auch beide. Ich auch. Was? Ja, ich auch. Warte mal, ich bin sogar in beiden dabei. Ha. Ich auch. Was könnt ihr nicht? Oh, wait. Ich nicht. Was? Was? Ähm, wo jetzt hin? Nach unten wahrscheinlich, oder? Ja, 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 hier rüber zum Hundi. Okay. Wer ist denn ein braver, verstrahlter Hund? Ja, wer? Wer? Und die andere Seite sieht auch nicht besser aus. Na? Hast du feine Strahlung gesucht? Du und der Hund, ey. Guck mal, ich glaub, man kann, wenn man sich sogar anstrengt, reingucken, was er als letztes gegessen hat. Boah, das will ich gar nicht wissen, ey. Oh. Ja, ja. Nee, ich war so ausgefeilt, ich darf ich noch nicht. Es geht halt nur auf. Es sind halt ein paar Schichten weg. Was bringt die tolle Rüstung denn eigentlich? Es ist ein bisschen leichter, bringt aber trotzdem relativ viel, äh, Dings. Ist wahrscheinlich eher was für Blacky Interessantes. Ein Geschwindigkeitsbonus-Ding. Perfektes Ausweichen erhöht das Feuer, Nahkampf, Nachlade und Ausweichtempo für 20 Sekunden. Die Ausweichchance ist leicht verbessert. Geschwindigkeitsbonus plus 30 Sekunden. Ich hoffe, das sieht man, äh, nie in... Was? Ich hoffe, das sieht man nie in keinem Spiel. Ja, stimmt. Das Akari-Set sieht nur gut aus und ist eigentlich nicht so gut. Hm. Ja gut, ich sag's mal so, im Gegensatz zum, äh, Landstreicher. Also, ich bleib mal in meinem Outfit. Mir gefällt das. Ist okay. Du musst dich ja nicht umsetzen, die Geschwindigkeit zum Ausweichen. Ich mag meine Rüstung. Die hat viel Verteidigung. Moment ist das tatsächlich auch der Grund, warum ich sie anhabe. Auch wenn sie schwer ist. Das Standardjäger-Set ist sogar besser, wenn man gut ausweichen kann. Oh, guck mal, ein Checkpoint. Ja. Beim Mex wäre das auch gut. Ja. Mex könnte auch besser ausweichen, desto höher die Geschwindigkeit ist. Ich will nur nicht wissen, was das für ein, eine schöne, ölige Flüssigkeit ist hier, die runterteert. Und warum sie hier ist. Schmierstoff. Äh, hä. Belkstoff ist es, Belkstoff. Ich höre. Mhm. Das ist gut, dass du hörst. Man kann's auch einfach mit uns sprechen. Oder einfach die, ähm, alles kaputt machen. Das geht auch. Mhm. Was wir nicht schon kennen. Also, am Mittwoch waren einige sehr, naja, schnell. Ist okay. Am Montag kriegst du irgendeine Maschine, die ist schneller. Mhm. Ich glaube auch. Mittwoch gab es ein paar Leute, die gerne, sagt, in den Rücken geschossen hätten. Äh, haben. Hätten. Haben. Hätten ist da der, äh, 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 äh. Du meinst, hätten ist nicht mehr optional? Uhu, hätten ist nicht mehr so der, das richtige Hörding. Oh, lila. Waren wir hier nicht schon? Ja, ich hab auch für euch einen Stein der Reinigung. Ein Stein der Reinigung. Und da sind schnelle, laufviecher. Stein der Reinigung. Drachenherzen entfernen alle Statuseffekte von allen Verbündeten. Die Aufladedauer der Statuseffekte wird im Träger 50% erregert. Ich würd mal kurz schießi, schießi machen, ja? Äh, von mir aus ja. Okay. Und treffe nicht ein einziges Mal. Ich hab ihn für dich aufgehalten. Ja, hast du gut gemacht. Und da hier ein Gegner war, stehe ich mal weiter. Das kann jetzt passieren, das ist super geil. Ich mach jetzt so ein bisschen schlagig, schlagig. Genau. Ja, Sat, leg dir mal die Kette an, boah. Heilung und so. Äh, Reinigt-Statuseffekte bei Benutzung von Drachenherzen, ja. Ja. Und du kriegst weniger Statuseffekte. Ja, alternativ behalte ich die, äh, die Kette, die ich anhabe mit Drachenherzen heilen. Alle verbündeten mit 100% Basiseffizient und gesamter Heideffekte. Ach so, ja. Ach so, das war auch eine Kette. Ja. Na dann. Äh, hier oben sind auch nochmal mindestens drei Gegners. Ich weiß nicht, wo du bist, also ergo keine Ahnung, Blegi. Hinter dir. Immer noch hinter dir. Irgendwer irgendwie... Ja, wenn du von mir wegrennst, dann... Oh. Oh. Vielen Dank.